Endlich Gamescom 2014, morgen ist es endlich so weit in der berühmt-berüchtigten Halle 6 hier am EA-Stand und Moritz und ich sind die ganzen nächsten Tage für euch mit dabei. Ja, schaltet ein, EA-TV von Mittwoch bis Samstag und hier gibt es alle Infos und frisches Gameplay zu natürlich FIFA 15, Battlefield Hardline haben wir natürlich auch mit dabei, Sims 4 ist auch am Start, was haben wir noch? Dragon Age Inquisition. Ja, ihr könnt mit dabei sein, klickt euch rein auf ea.de slash gamescom, wir sehen uns. Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition Vielen Dank.